Die Welt geht den Bach runter, Hungersnöte und wirtschaftliche Krisen hier und Kriege und andere politische Auseinandersetzungen da. Muss man da nicht Stellung beziehen und seine Meinung äußern? Schließlich gibt es doch die Meinungsfreiheit. Vor allem auf Social Media machen viele davon Gebrauch, egal ob auf Twitter, YouTube oder auch TikTok. Jeder hat eine Meinung, egal um was es geht. Selbst wenn die Sachen nur banal sind, die Menschen sind sofort da, um sich zu streiten und sich voll für ihre eigene Meinung einzusetzen. Aber hinterfragen wir das Ganze einfach mal. Wie viele dieser Menschen haben eine wirklich eigene, individuelle Meinung und vertreten nicht nur das, was das Umfeld ihnen nahelegt? Wie viele davon haben sich wirklich selbst Zeit genommen, um genau über das Thema nachzudenken und dann zu ihrem eigenen Schluss zu kommen? Aber das ist auch okay, denn wer seine wirklich eigene Meinung vertreten will, der kann eben nicht zu allem eine Meinung haben. Aber warum ist das so? Nun, das ist ganz einfach. Wir leben in einer ziemlich komplexen Welt. Jeden Tag passieren Hunderte, Tausende politisch, geografisch, historisch, wissenschaftlich relevante Dinge, von denen wir noch nie gehört haben. Die Medien und News, mit denen wir uns selber beschäftigen, filtern diese Dinge nur eben für uns selbst vor. Aber wenn wir wirklich über alles davon nachdenken wollen würden, könnten wir wahrscheinlich kein eigenes, richtiges Leben mehr führen. Dann müsste man wirklich nur noch mit Denken beschäftigt sein. Die meisten geben allerdings wahrscheinlich nur das weiter, was sie schon von anderen gehört haben. Und das funktioniert so. Als erstes suchen wir uns die Quellen, von denen wir eben unsere Meinung beziehen, beziehungsweise mit denen wir unsere Meinung vergleichen wollen. Oft sind das auch Quellen, die ähnliche Wertvorstellungen haben oder uns einfach persönlich nah sind. So wie Familie, Freunde, bestimmte Medien, die wir konsumieren oder auch Influencer, die ja eben auch nicht ohne Grund so heißen. Und für unsere eigene Vernunft versuchen wir das Ganze eben auch so zurechtzubiegen, dass eben gerade die Personen oder die Quellen, die wir nutzen, kompetent sind und auch wirklich vernünftige Meinungen vertreten. Objektiv kann man das natürlich nur schwer festhalten, weshalb viele sich einfach nur ihre eigene Meinung bestätigen lassen. Das nennt man dann auch Confirmation Bias. Nachdem wir nun die Wissensquellen unseres Vertrauens auserwählt haben, hören wir, was eben diese Quellen zu sagen haben. Und drittens, daraus leiten wir uns dann unsere eigene Meinung ab. Wobei hier natürlich die eigene Vernunft durchaus trotzdem eine Rolle spielen kann. Außerdem gibt es natürlich noch die Mitläufer, die ihre eigene Meinung einfach nur von dem ableiten, was die meisten, beziehungsweise was der Mainstream eben gerade zu sagen hat. Deshalb entstehen bei vielen Themen eben auch zwei komplett gegensätzliche, verhärtete Fronten, die gegeneinander kämpfen. Aber wenn Themen wirklich so komplex sind, müsste es dann nicht mehr als zwei Möglichkeiten geben? Müsste es nicht mehr Möglichkeiten geben als schwarz oder weiß? Ja, natürlich müsste es das. Aber oft sind wir so gefangen in diesen Gegensätzen, dass wir gar nicht darauf kommen, außerhalb dieser beiden Gegensätze zu denken. Das kann vor allem dann passieren, wenn wir uns mit einer bestimmten Personengruppe besonders stark identifizieren. Wie zum Beispiel in den USA Republikaner und Demokraten. Auch für die meisten Personen auf Twitter, TikTok und YouTube gilt das Gleiche. Sie denken das, was sie hören. Und da stellt sich die Frage, willst du wirklich zu den Personen gehören, die sich keine eigene Meinung bildet und einfach nur die Meinung übernehmen, die das Umfeld vorher geprägt hat? Ergibt das für dich wirklich Sinn, dass du einer Sache zustimmst und dann eben auch allen anderen Sachen zustimmen sollst, die damit assoziiert werden? Deshalb versuche ich mittlerweile auch meine Meinung zurückzuhalten, wenn ich selbst zu mir ehrlich sein muss und sagen muss, davon habe ich eigentlich wirklich keine Ahnung. Und jetzt ist es an dir, ehrlich zu sein. Hast du dich wirklich mit einem Thema auseinandergesetzt und darüber nachgedacht, auf wessen Seite du dich hier stellst? Oder redest du nur nach den Mündern anderer? Es ist okay, keine Meinung zu haben. Ciao! Ciao!